Hallo und herzlich willkommen meine Lieben, ja weiter geht's Minecraft Story Mode. Das ist wirklich schön. Ja, hier sind wir das letzte Mal geendet, hier geht's auch heute weiter. Ja, ich bin sicher. Ich sage es, wenn du ihn in Enderconn hattest, probiere dich zu sprechen. Ich habe eine Lekture über die Kraft der Zusammenarbeit, Petra. Wie geht es eine Lekture über die Kraft der Beine? Die Knie ist lang, aber schrecklich. Komm schon, wir gehen. Ich weiß, was Enderconn war, bevor es cool war? Ich weiß, was wir als wir cool waren, bevor wir cool waren? Ja, ja. Und da sind wir wieder. An der Stelle, an der wir aufgehört haben. Ich weiß nicht, ob Kämpfen gegen die ganze Creeper schlau ist, deswegen wir springen. Oh, unser süßes Schweinchen! Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Dump! Das haben die sehr, sehr cool gemacht, muss man sagen. Sieht richtig cool aus, wirklich. Oh, ein Quipper. Nein, die Hühnchen! Die haben Hühnchen! Oh nein! Pflegermeister, okay. Und Tintenfische, natürlich. Das war eine... Oh nein! Wolle ich mich nicht? Für mich nicht? Wolle ich nicht? Dann lachen wir uns... ... die Gespräche und alle wieder? Deine G십elie! Und jemanden? ...verteid dich und dein Leben heute ... Ja. Und Petra? Hey! Ihr alle kennt Petra, meine neue super-close Freund? Wir sind super-close jetzt. Super-close? Wir kamen in den anderen, als ich für Reuben war. Poor Reuben! Was passiert mit ihm? Wir hatten ein bisschen mit dem Zombies. Sie ihn gut gemacht haben. Aber Reuben hat seine eigene. Was warst du in den woods, Petra? Nichts. Nur von Jesse's high-pitched scream. Ich wäre eine Spider-Bait, wenn sie mich nicht gefunden hat. Sorry, wir nicht mit dir kommen, Jesse. Aber hey, wir gewinnen! Es sieht aus, dass ihr Freunde und ihre Zeit und ihr Zeit wiederholfen hat. Unsere Enderman ist so life-like, ich gar nicht mehr auf ihn. Wir haben okay gemacht, nicht? Ich wünsche mir noch das Teil der dritte, um besser zu sein. Ich könnte mehr Feuerwerkzeugen in, woanders. Ja! Party! Oh! Free cake! Okay... Der dunklen, gruseligen Gassel. Dark, dark, very dark. Ich habe sie nicht geschafft. Ich habe sie nicht geschafft zu überleben. Sie hat mich gerettet. Hallo? Hallo? Okay. Nein. Wer bist du? Wenn du hierher gehst, wirst du wissen. Unless, das ist alles Teil des Planes. Ich muss mit Petra treffen, nicht mit dem du bist. Gib mir eine gute Idee, warum ich hier nicht rausgekommen muss. Na gut? Ich bin sehr beschäftigt. Du bist der Mann, der braucht einen Wither-Skull, richtig? Nicht so laut, du Idiot. Es sieht komisch aus. Ja, ähm... Genau. Ja, hinterher! Das ist so süß. Ähm, okay... Okay, okay, okay... Entschuldigung, wenn ich mir was angucken kann, dann möchte ich mir das auch angucken. Gott! Asher? Da ist der echt Asher. Ja? Oh man... Lukas! Ja, sie meint ihr, dass wir mit Lukas reden. Wir reden mit Lukas. Äh, das ist schön. Ja, ich glaube, dass unser Beacon fantastisch war, aber... Sie haben auch ein guter Job gemacht. Ich meine... Ich dachte, das ganze Monster-thema war ziemlich cool, aber... Feuerwerks auch? Es war... Ich dachte, das ist so cool. Ich dachte, das ist so cool. Ja. Wir sind cool. 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 Ich wollte eigentlich das zweite drücken, aber irgendwie hab ich, äh, falsch gedrückt. Naja, egal. Ach, da ist Axel dahinter. Ach, da ist so cool. Ach, da ist so cool. Ach, da ist so cool. Ach, da ist so cool, wie du willst. Ach, da ist so, dass du einen kreppigen, der blöden von Beardy gesehen hast? Nein, Petra hat mir gesagt, was passiert. Ich muss ihn jetzt bemerken. Ich lasse einen Augen. Super. Okay, ich bin ein bisschen distracted. Es ist nur, diese Maschine pressen alle meine Gäste. Unnecessärlich kompliziert, und meine Geistens für keine Wundern. Es ist nur, wenn etwas wie das geht, du musst antworten. Aber ich versuche, als die Demonstration vorbei ist... Stopp messen, wir brauchen deine Hilfe. Ich warst, ich versuche. Ich habe nur eine kurze Zeit. All right, all right, ich versuche. After ich eine weitere Chicken verhäte. Ich sehe dich jetzt, weirdo. Begge. Das sind wir jetzt, wenn es gar nicht warm ist. Ich habe nicht warm, wenn ich meine Gäste besuche. Und wir versuchen, das noch richtig ecken zu schnacken. Das ist noch nicht warm. Ich bin wirklich warm, Leute. Das ist es auch warm zu haben, was ich nicht. Ich bin wirklich warm zu fördern. Ich bin sehr warm und schaue, was ich verheir? Ein warmes Schrank? Und ich bin deutsch. Ich bin eigentlich so vor, wenn ich lieber meinen Schrank ausleucht habe. Und ich bin unbegründet, ich bin ja auch. Ja, und es hält bestimmt wieder jemand auf. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was Ruben? He's my friend. To me, he's inventory. I might be amenable to some kind of trade. Not that you look like you've got much of value. I gotta get some kind of return on my investment. Otherwise, it's straight to the slaughterhouse for this one. Give me back my pig. Yeah. Richtig so. Oh, I'm sorry, Ruben. I was so busy trying to find that creepy dude. I didn't notice. Oh, wo Miss Matt? Das ist ja bestimmt wieder nicht. Das sieht aber lustig aus mit den Hühnchen da oben drinnen. Das ist ja schon wieder Usher. das ist ja schon wieder zuhör. Nein. We have to do something. Can we miss that chicken one? Let's look around. There has to be something we can do. Okay. Slime-Demo. Sehr schön. Ah, das ist die Frau von ihm. Die wird uns den Slime nicht geben. Hmm. I need slime and fast. But I just... Quickly. There's no time. Ugh. Whatever. A round of slime balls for everyone, please. Wait. This is only eight slime balls. We need one more to make a block. Okay. We need to find another way to get some more slime. And quick. Okay. Da waren wir schon. Und... Dann gucken wir uns mal hier die Maschine an. Oh, wo kriegen wir jetzt noch so'n Slime her? Ich find's übrigens nervig, dass sie so langsam läuft. Oh nein! Wink. Perfekt. Perfekt. Ruben hat's drauf. Er weiß einfach alles. Das ist... Da kann man nichts gegen sein. Hey, Lucas. Can you do me a favor? Anything's possible. I need slime balls. I swear I have a really good explanation. Whatever you guys are doing, count me in. Thanks, Lucas. Told you he was useful. Oh man. This guy isn't actually cool, is he? Remains to be seen. It's crapped in time. Yay. So you guys been building together long? You've got good chemistry. Are you jealous? I'm just saying. I think it's cool you have a team that works so well together. You're totally jealous. Ah, warte. Ich wollte Rezepte. Ah, da zeigt immer nur das an, was man da machen möchte. Ich find's richtig cool. Tada! Richtig, richtig cool. Gemacht. Oh nein. Ich dachte schnell, wir mich schmeißen. Ja, gut. Keine Höhen langskriegen. Mach. pisch. resse minek. Ku- unexpected. unexpected. Inidas. Exhale решturship. particara. In the moment we have a special look. Oh my god or I didn't use personal mastinghamalt footy. What? Tu can just, buyer.